Verdammt, Timmy, du kannst nichts! Wie er guckt! Nein! Alter! Scheiße! Das geht nie im Leben gut. Nie im Leben geht das gut. Wie soll... Nein, 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 nein! Geh dazwischen, geh dazwischen, Alter, geh dazwischen! Au, 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 au! Alter Schwede! Hey Gotox, willkommen zur Let's Play Live Show, schön, dass du da bist. Kröst, Timmy! Timmy, pass auf! Hör zu schaukeln, Timmy! Hör zu schaukeln! Ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege ein wenig einen Drehwurm. Muss ich mich jetzt fallen lassen? Okay. Okay. Huiii! Okay, ich glaube es dreht sich gleich wieder. Denn diese Kugel wird uns wahrscheinlich gleich besuchen kommen. Wo geht's denn jetzt? Ah, warte mal! Die Frage ist, wo müssen wir hin? Oh nein, Aua, nein! Oh nein, Aua, nein! Scheiße! Fuck! Oh Mann! Wofür ist die Kiste da? Zack, zack! Ich frage mich, wofür diese Kiste da ist. Vielleicht zum drüber springen? Der Kugel vielleicht? Ah, Alter! Hm. Prost zusammen! Zum Wohle! So. Weil so drüber springen über die Kugel können wir gar nicht, so wie es aussieht. Ach, Alter! Das gibt's doch nicht! Wieso geht denn da oben die Tür zu? Können wir es wieder zurückgängig machen? Nein, können wir nicht. Moment, ich geh einfach mal nach da. Höh! Oder auch nicht. Hallo? Hallo? Nein, 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 nein! Bleib da, liebe Kugel! Bleib da, liebe Kugel! Brüsselchen! Okay. Hm. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Das erste Rätsel, wo ich doch so ein bisschen grübeln muss jetzt. Die anderen waren eigentlich noch relativ easy. Höh! Oder vielleicht die Kiste doch dahin und dann rüberspringen? Kann das sein? Ich probier's mal. Moment. Komm mit. Ah, da kommen wir gar nicht mehr hin. Verdammt. Ah, okay, so. Geht um Timing. Hey, ein Schmetterling. Oh, wie schön. Hui! Und Timing hat's geschafft. Sehr schön. Ah, Gott sei Dank. Wir sind wieder draußen, glaub ich. Oder kommen zumindest nach draußen. Wer ist das denn? Oh, nein! Nein, verdammt! Scheiße! Wer war das? Was? Ich wollte sie kennenlernen. Ähm. Timi? Timi? Nein, Timi. Nein, Timi. Nein, Timi. Nein, Timi. Nein, Timi. Was tust du? Wir müssen irgendwie wieder Licht finden. Um den scheiß Gnom oder den Käsedingern wegzukriegen. Na, Käse. Gehirnkäse. Oh, Gott sei Dank. Oder zumindest in die andere Richtung zu gehen. Was? Bier schmeckt so wie Desinfektionsmittel? Äh. Was? Was? Dann trinkst du ein falsches Bier. Wie soll ich da raufkommen? Ähm. Nein, das geht nicht gut. Das geht nie. Nein, Alter. Das war so klar. Verdammt, Mann. Los, 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 los. Alter. In die andere Richtung können wir ja nicht springen, ne? Wir warten es nochmal ein bisschen ab. So, jetzt aber. Los, 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 los. Uah. Uah. Ja, ich komme schon. Ich komme schon. Oh, Gott sei Dank. Kommen wir hier jetzt weiter oder müssen wir wieder zurück? Ich bleib mal hier drauf. Obwohl das, ja, sehr gefährlich aussieht. Timmy. Uah, nein. Fuck. Oh, Gott sei Dank. Okay, da kommen wir gar nicht rauf. Zumindest jetzt noch nicht. Da war irgendwie ein Collectable, glaube ich. Äh, wie soll das denn gehen? Hä? Okay. Probieren wir mal. Äh, äh, Hilfe. Nein. Ah, okay, Moment. Moment, 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 Moment. Das haben wir gleich. Muss ich, glaube ich, im richtigen Moment anhalten. Ach, verdammt. Oh, das glaube ich doch jetzt nicht. Bier schmeckt so gut. Ja, stimmt. So, jetzt aber. Ich glaube, jetzt ist es richtig. So. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Auch an alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag, Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Schon seit über anderthalb Jahr. Voll gut an 61 heute. Wir probieren es mal aus. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich glaube, das war keine gute Idee. Wir müssen wahrscheinlich da oben rauf, denke ich mir mal. Um den Schalter zu betätigen. Also die Rätsel werden doch schon ein bisschen schwieriger immer. Oh, super. Nein, lass los, Timmy. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Mein Gott, Timmy. Mein Gott, Timmy. Hört sich an wie so eine neue Fernsehtelenovela. Das reicht nicht. Verdammt, das reicht nicht. Hm. Hm. Nein, das wird auch nicht reichen. Glaube nicht. Hm. Hm. So ein Mist aber auch. Tja, wie könnte man das hinbekommen, dass das genau richtig getimt wird? Oder hat das hier was mit dem Wagen zu tun, vielleicht? Ne, ich glaube nicht. Ne. Hm. Hm. Ist Timing, ja klar. Kann ich mir schon denken, aber irgendwie... Bäh. 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 Oh, ach, Timmy. Ach, Mann. Du dumme Sau. Ah, komm. Jetzt, 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 ja, 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 ach, Mann. Ich glaube, das war gar nicht mal so richtig, äh, gar nicht mal so richtig, vor allem gar nicht mal so falsch. Ja, ich glaube, die Idee war gerade, danke dir, Matthias, ich glaube, die Idee hatte ich gerade auch schon so gehabt. Oh, jetzt hat sie zu wenig Schwung. Ich glaube das nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Alter, das ist doch nicht wahr, ich kriege einen Kotz, reizgleich. Hallo, geh da rum, Timmy. Hallo, zieh den Hebel. Jawoll, Gott sei Dank. Meine Güte, das hat jetzt aber gedauert. Äh, wie soll ich denn... Timmy, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh nein, nicht schon wieder, ey. Alter, Mann, lass die scheiß Leiter los. Halt, ich knall dir gleich eine. Mann. Ist ja unfassbar. Hab ich ja noch nie erlebt, sowas. Alter Schwede. So, jetzt lassen wir es einmal so stehen. Also, auf ein neues. Wir wissen jetzt wie. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Manchmal ist Timmy so ein bisschen so eine hohle Frucht, ne? Muss man ja schon lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Sag lieber nichts. Manchmal ist er ein bisschen neben der Spur. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Oha, Alter. Boah, war das knapp. Hä, Timmy fährt mit der Lore. Immer tiefer hinab und tiefer hinab und tiefer hinab. Und da ist eine Leiter und ich weiß gar nicht, wo die hinführt. Timmy, lauuf. Äh, was? Alter. Lauf. Ähm. Willst du mich verarschen? Gib mal Red Bull, das verleiht Flügel. Alter, wie soll ich? Ah. Alter, willst du mich verarschen? Das schaff ich nie im Leben. Oder vielleicht so. Lauf. Lauf, Timmy. Lauf. Höh. Ich kann es. Wie er mal mit dem Gesicht zum Boden hinfällt. Es ist... Uah. Uah. Ciao. Hallo, Slaulaula. Ach, komm. Ne, das ist zu spät. Das sehe ich jetzt schon. Das ist jetzt schon zu spät. Ja, ja. Immer dieser Tollpatsch von Timmy. Das ist unfassbar. Das ist auch zu spät. Ich glaube, das ist auch zu spät. Ich glaube, das ist zu spät. Äh. Ja. Prost. Verdammt. Ja, ähm. Ich glaube, wir machen eine klitzekleine Pause hier an der Stelle. Und dann, äh, wie er auch wieder guckt, ne? Da ist Strom. Was mache ich damit? Ja, machen wir eine klitzekleine... Everybody's gone to the water, genau. Ähm. Ja, machen wir eine klitzekleine Pipipup-Pause, Schimpsul-Pause, Tränkelpause, Raucherpause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Also, bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020